und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freund des gepflegten klemmersteinbaus heute gibt es ausnahmsweise mal keine review sondern ein kleines unboxing das liegt daran dass ich wie gesagt in letzter zeit sehr wenig zeit hatte und habe es leider nicht geschafft eine review fertig zu machen das wird sich jetzt in nächster zeit aber wieder ändern keine sorge ich schaffe es in nächster zeit wieder regelmäßig reviews auch von größeren sets zu bringen aber ich habe hier ein paar pakete die jetzt auch in letzter zeit liegen geblieben sind ich bin einfach nicht dazu gekommen ich weiß selber nicht mehr was in diesem paket sein wird und ich weiß auch nicht was in diesem kleinen paket hier sein wird einmal ein paket von temu und einmal ein paket von aliexpress gehe ich mal davon aus so wie es geliefert wurde und wir können jetzt einfach mal selber zusammenschauen was dort drin ist ihr habt vielleicht in letzter zeit auch viele videos über temu gesehen wie schlimm deren werbekampagne ist und ja es gibt leider viele youtuber da draußen die euch da quatsch erzählen bald wird es diesen glitsch nicht mehr geben jeder gönnt sich gerade gratis sachen also sei schnell lade dir temu herunter gehe auf die suchleiste und gibt genau diesen code ein um deine 100 euro zu bekommen damit kaufst du dir alles was du willst viel spaß egal was du glaubst dazu tun ich glaube nicht ich zeige euch hier offen und ehrlich als ganz normaler kunde was ich bestellt habe was ich dafür bezahlt habe und ob es sich am ende lohnt ich habe das versandetikett mal zugemacht werde jetzt auch mal das ganze paket drehen und dann packen wir es einfach mal zusammen aus ich habe hier schon mal eine kleine öffnung rein gemacht und da ziehen wir direkt mal dieses tütchen hier heraus dabei handelt es sich um eine kleine baretta aus 130 teilen wie man jetzt hier sieht ich konnte mir anhand der anzeige überhaupt keinen rein daraus machen ob das steine sind die zu den dänischen kompatibel sind oder nicht oder wie dann die waffe überhaupt aufgebaut sein wird man konnte es aus der anzeige kaum sehen oder auch lesen dementsprechend habe ich es einfach mal gekauft damit wir uns das zusammen anschauen können es ist hier wirklich eine kleine und billige tüte das werden wir uns in noch kurzen review auf jeden fall zusammen mal anschauen wenn ich das ganze jetzt mal hier weiter auf mache dann sehen wir hier etwas aus einem ganz ähnlichen thema es ist ebenfalls eine ich nenne es mal waffe aus klemmbaustein auch hier konnte ich mir von der anzeige überhaupt keinen rein machen wir schauen uns das natürlich auch zusammen an hier haben wir schon 808 steine zumindest nach der beschreibung jko blog steht drauf und die set nummer p 1012 ist natürlich kein spiel set sondern ein display set denn waffen und spiel set wir sparen uns bitte die diskussion dazu in den kommentaren es ist ein display set und meiner meinung nach ganz klar für erwachsene dann haben wir hier noch ein kleines tütchen ich bin mal gespannt das passt natürlich sehr gut zum kanal name davon wird es jetzt keine gesonderte review geben aber ich habe mir da einen kleinen wenn sie dich mit gekauft ich blende ja zu jedem teil die preise dazu mit ein auch zudem werde ich das mal mit einblenden den finde ich eigentlich ganz putzig und weiter geht es mit diesem karton der hat leider schon ein wenig gelitten ist wieder von limay toys wir haben uns ja schon davon die garage und den technik bugatti angeschaut hier die set nummer 6098 b 3 90 teile hat das ganze und soll so einen kleinen sportwagen darstellen die waren relativ günstig die schaue ich mir mal an was man hier in diesem preisbereich von 90 teilen erwarten kann und zu guter letzt habe ich aus dem paket noch das ganz klar teuerste rausgeholt und zwar haben wir hier von segao die dz 6002 das train coffee house das fand ich wirklich wirklich putzig auf den bildern und es hat mich auch mal interessiert was segao jetzt noch so rausgebracht hat in letzter zeit das ist auch mal in stabiler und wertigerer karton deshalb ist auch unbeschadet erst noch mal in einer plastifolie drin und dieses set werden wir uns natürlich auch zusammen noch mal anschauen als so ein kleines kaffeehaus und lustigerweise haben wir bei uns hier in der region ein zug kaffeehaus was ziemlich ähnlich aussieht und das waren auch schon alle vertreter von dem temu päckchen hier ein päckchen wo ich wie gesagt denke dass es von aliexpress kam ich mache auch mal das ganze auf was sich hier verbirgt und ihr lieben ich habe mich geirrt es kam tatsächlich nicht von aliexpress sondern auch von temu hier haben wir das ballonhaus was angelehnt ist an den kindertrick film oben wir haben hier 686 teile ein hersteller den ich so noch nicht gesehen habe da werde ich auf jeden fall bis zur review schauen dass ich dort nochmal den namen raus bekomme und auch auf dieses set freue ich mich auf jeden fall in der review das waren in letzter zeit meine china einkäufe in diesem fall wie gesagt von temu ich packe euch den link zur app natürlich trotzdem wieder mal in die beschreibung ich habe dort in letzter zeit relativ viele klemmbausteine gekauft war eigentlich auch meistens zufrieden man muss wie immer aufpassen dass eben auch plagiate mit dabei sind zumindest leute die damit ein problem haben sollten da zweimal checken ob es sich vielleicht um ein plagiat handelt ich freue mich auf jeden fall auf die ganzen sets die ich hier ausgepackt habe ich hoffe euch geht es genauso ihr könnt ja mal gerne in die kommentare schreiben welches set ihr jetzt am spannenden fandet beim auspacken weil dann kann ich mich auch mal danach richten welches set in nächster zeit in einer review vorkommen wird ich danke euch fürs zuschauen nächstes mal kommt wie gesagt wieder eine review und dann sehen wir uns am samstag wieder ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick öffrisch 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 Bis zum nächsten Mal.